Musik Glücklich und zufrieden präsentiert Schulleiterin Barbara Fischer das neue Zertifikat. Die Merkur-Schule in Ortenau wird künftig Hand in Hand mit dem DM-Drogeriemarkt ihre Schüler auf die Zukunft vorbereiten. Wirtschaft macht Schule hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns an der Merkur-Schule. Wir sind dabei, ein riesengroßes Netzwerk aufzubauen, weil eine Werkrealschule ohne Netzwerk, das hat keinen Erfolg. Also man muss schon schauen, dass man wirklich an der Praxis bleibt und die Firmen mit ins Boot holt. Mit dem Drogeriekonzern DM steht der Merkur-Schule ein starker Partner zur Seite. Dort legt man sehr viel Wert auf eine nachhaltige Ausbildung und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Also durch die Kooperation mit der Merkur-Schule haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen und gemeinsam die Fähigkeiten zu erkennen. Und aufgrund dessen können wir natürlich dazu beitragen, dass die ökonomische Bildung gestärkt wird und letztendlich die Schüler eine wesentlich bessere Berufsorientierung finden. Die Schüler sollen bei Wirtschaft macht Schule auf das Berufsleben vorbereitet werden. In der Praxis kann das bei DM dann so aussehen. Es kann gut sein, dass wir die Schüler in die Filiale einladen, eine Berufserkundung vor Ort machen, auch mal hinter die Kulissen dabei schauen, was sind denn Aufgaben im Lager, im Büro, was gehört alles noch dazu. Wir sind in der Schule selbst, gestalten Unterrichtseinheiten mit, die dann auch zum Beispiel was mit unserem drogistischen Sortiment zu tun haben, wie zum Thema Hautpflegen, Handpeeling gemeinsam zu erstellen. Die Merkur-Schule bietet ihren Schülern aber auch darüber hinaus noch jede Menge Angebote zur Berufsvorbereitung an. Und die finden das richtig gut. Wir haben eine curricular aufgebaute Berufsorientierung. Das heißt, die Schule hat ein Konzept, mit dem sie ihre Schüler durch die verschiedenen Bereiche coacht und managt. Und die sind sehr froh darüber, dass sie einfach in dem Zeitraum von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse ein breites Spektrum gezeigt bekommen. Und die nehmen das auch mit, ob das Arbeitsplatzerkundungstage sind, Ready, Steady, Go. Das sind ja alles Bausteine, die sie später mal brauchen und mitnehmen. Auch Oberbürgermeister Christoph Florus ist froh über die Kooperation zwischen Schule und Unternehmen und merkt ganz nebenbei, dass die Stadtverwaltung ja noch gar nicht mitmacht. Und da wird jetzt auch meine Ausbildungschefin sagen, das ist für die Zukunft ganz wichtig, dass auch wir bei Wirtschaft macht Schule mitmachen, um einmal auch zu zeigen, dass wir die Kooperationen suchen. Und zweitens, wir brauchen dringend auch junge Schülerinnen und Schüler, die bei uns den Nährberuf beginnen in Richtung Verwaltungsfachfrau oder Fachmann. Mit Wirtschaft macht Schule zeigt die IHK, wie Berufsförderung zugunsten der Schüler aussehen kann. In Ortenau werden aus der neuen Kooperation mit Sicherheit viele gewinnbringende Kontakte entstehen.